Hallöchen zusammen! Herzlich willkommen zu GESPAY, DICE 4 PROGRAM. Wir müssen hier ein kleines bisschen was abändern noch, auf ein kitzel kleines bisschen, indem wir sagen, du kommst mal hierüber, wir tun dich nach da oben verkrachen lassen, so quasi so, so. Sagen bei dem, bitte mal zwei nach oben. Das passt dann schon so. Bevor man einmal das Ganze hier nach unten verfrachten solle. Dann haben wir nämlich die drei hier. So, wo wir sagen können, du kommst bitte dorthin, dorthin, so rum hin, dann so rum hin. Du kommst da geladen rein, du kommst da rein. Und theoretisch müsstest du dann ja so rum reinkommen. Dein Filter ist das da hier. Hajo. Der kommt gerade im hinterher, der kommt gerade im hinterher. Kann ich denn... Er verbrauchtsmaterial gut, muss man sagen, also richtig gut. Kommt es denn hier raus? Es kommt hier raus, aber es wird nicht schnell genug verbrasselt. Plain Filters. Eigentlich lokales Supply gemacht, aber wird direkt immer schon weiter verbraucht, sowieso. Aber schaut, yep. Müssen wir auch ein bisschen mehr machen. Okay, Deuterium ist am laufen. Das ist gut, das ist sehr gut sogar. Können wir dich noch machen? Nein, gehen wir nicht, weil wir zu viele andere Rohstoffe haben. Kriegt das Erz irgendwie weg? Oder dich hier? Komm, dich hier. Zack. Nein, damit... Nein, das bauen wir schon mal. Passt. Ähm... Den Rest brauchen wir jetzt nicht abbauen, weil sonst noch wieder ein Problem an der Backe. Oh mein Gott, es funktioniert halt. Es funktioniert wirklich. Ähm... Ich frag mich gerade... Wie wir das denn rum machen. Wenn ich jetzt nämlich sagen würde, ich möchte hier nochmal... Außen rum gehen. Dann haut das natürlich nicht hin. Können wir... Es kurz abbrechen? Ja, dankeschön. Und das ein bisschen anders gestalten. So. Dann sagt man nämlich, du kommst weg. Du kommst mir bitte von hier nach... So und so hin. Und so rum hin. Und dann können wir... Dich nämlich... Brauchen wir nicht. Dankeschön. Von hier nach da unten laufen lassen. Oder so rum. Zack und zack. Na komm. Zack und zack. Wunderschön. Ähm... Du kommst darüber rein. Darüber rein. Egal wie. Und es wird direkt verschlungen wird es. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ja. Ich hätte gerne dich hier... Oder einfach mal... nochmal so ein... So einen Klotz. Direkt hier auf der anderen Seite hingestellt. Wunderschön. Dann hätte ich dich gerne... Die Bozien hat ziemlich viel. Muss man schon mal zugestehen. Es ist nicht gerade wenig. Ähm... Dich hier. Dich hier. Raus damit. Und wir hätten gerne... Einmal dich noch komplett durchgezogen. Weil wir es können. Klauen uns dann nochmal ein bisschen was weg davon. So quasi hier. Und sagen dann noch... Kollegen... Schön ist, gut ist, wunderbar ist. Wenn wir es auch überall richtig hätten. So... Noch einmal dich hier. So ein Wunderschön. Ah... Da fehlt es auch noch leider. Stell ich gerade fest. Macht nichts. Jetzt haben wir es aber... Jetzt haben wir es komplett. Nein. Und nein. Und nein. Und nein. Und nein. Da netter. Was? Warum hier netter? Es ist ein bisschen doof. Ein bisschen arg doof. Aber was sollst. Dann machen wir es ansonsten. Wir haben ja Optionen. Die Option 50. Dich einfach hinbauen. Fertig. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber es funktioniert. Und wir bräuchten noch einen weiten Stecker. So wie es ausschaut. Oh ja. Wir bräuchten einen Stecker. Ähm... Können wir den noch reinklauen. Irgendwie so. Ist das eine Option hier? Schauen wir nochmal. Das ist eine Möglichkeit. Damit ihr auch mal was rausputzieren könnt. Oder wird es weniger? Es wird weniger. Hier. 49. 49. 49. Ja. Das reicht vollkommen aus. Das reicht aus. Genauso wie hier. Wir haben die Krise überwunden. Eine Krise hier weniger. Alles lokal genutzt. Hin und her gefragt. Das passt soweit. Wenn sie sogar noch mehr. Können den gleich... Das gleich noch mal machen. Moment. Es reicht immer nur... Was? Es reicht nicht aus. Um das alles voll zu... Oh. Aber ich stack doch schon wie blöd. Können die Stecker noch mehr stacken? Das ist die große Frage. Können die Stecker noch mehr stacken? Ich glaube nicht. Nee. Das ist ja das Ding eigentlich aus einem 2 zu machen. Hm. Außer ich kann... Moment. Das wird jetzt interessant. Kann ich da vielleicht noch mehr reinhauen? Ist es eine Möglichkeit, das Ganze noch weiter aufzupuschen? Tatsache. Ähm. Okay. Das ist auch noch was. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffen soll. Aber Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die dreifache Höhe. Wir brauchen noch mal welche. Das muss... Das muss einfach laufen muss das. So schaut es aus. Eins, zwei, drei. Solle. Raus mit dir. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ihr drei kommt alle. Kommt dann da rein. Ähm. Kommt dann da rein. Rein damit. Frage jetzt nach der Versorgung. Ich habe das so gerade das höchste Problem sein, dass wir das ganze Ding gar nicht richtig versorgen können. 7, 8, 9, 10, 2000. Hm. Was? Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, gebe ich zu. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Aber der Penel ist ja immer relativ nah eigentlich dran, oder? Ja, guck mal. Der ist relativ nah dran. Das schafft er schon. Ich glaube an ihn. Und wenn nicht, muss ich mir was anderes wieder einfallen lassen. Du direkt da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. So. Dann sage mal, ihr stackt das ganze noch einmal. Ich möchte so viel Stackungen wie möglich haben. Dankeschön. Dann möchte ich bitte dich weg haben und dich so rum weg haben. So. Du kommst mit. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich jetzt rum machen soll. So, so, so. Wunderbar. Nächstes Deckung. Nach dahin rein. Es ist protestlich. Es ist wirklich protestlich, aber was soll's? Genau dahin, wo es nicht hin kann. Ja, ich bin super, ich bin super, wenn es darum geht. Weg damit. Passt. Ich möchte auch sagen, eigentlich das Zeug hier weg, weil ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Das ganze nochmal. Hätte man einen dritten noch oben drauf. Aber ich glaube, das Gedönsel dafür zu machen, ist schon mal... Hm. Zweifel mir selber gerade schon wieder. Ähm. Ja, ich muss noch... Ach so, jetzt komm. Wir machen es nochmal hin. Ich glaube daran, dass die Raumschiffe es schaffen werden. Irgendwie. Wirklich irgendwie. Ihr kommt darüber hin. Du kommst dann von da nach darüber. Nein. Nein und nein. Dann somit dich nach oben verfrachten. Dass du hier nebenbei laufen kannst. Und hier rum. Passt. Hm. Das schaut schon gerade mal so verkehrt aus, muss ich sagen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe sowas von gar nichts mehr. Aber es läuft. Wir könnten es noch mehr sticken. Und noch mehr Deuterium raushauen. Oh meine Güte. Ähm. Ja. Ich hätte gerne... Jetzt habe ich schon damit angefangen. Jetzt muss ich es auch vorhin durchziehen. Dich und dich hier. Bitte raus und raus. Dann pumpen wir alles, was wir haben. Den hier rein. Das heißt einmal du so und so. Einmal du so und so. Und einmal hier drüben noch einen Ausgang machen. Das kann nicht gut ausgehen. Überhaupt nicht. Sogar haben wir noch... Habe ich keine Stacker mehr übrig. Alle verbaut. Wunderbar. 13 Stück sind gemacht. Jetzt da. Jetzt haben wir wieder welche übrig. Ähm. Bitte darüber. Mit einmal dicht darüber schmeißen. So, so, so. Dich so und so rüberschmeißen. Dann den ganzen Spassierung machen. Das können wir. Und dich noch einmal nach da rüberschmeißen. Es stockt. Wir haben es bereits geschafft, dass es zum Stocken kommt. Okay. Das ist schon mal eine große Herausforderung für uns. Damit das funktioniert. Ähm. Erstmal das Problem. Ich müsste hier nochmal... ...und verteile hin machen. Leider ja. Deuterium. So, da wird noch mehr gebraucht. Wird noch mehr gebraucht. So, hier. Graphene. Wir hatten irgendwo Graphene. Ich weiß, wir hatten Graphene. Ich habe doch irgendwo noch eine Wunderkiste gehabt. Bevor ich jetzt Graphene aus dem Lago, höre ich jetzt die von der Wunderkiste. Die irgendwo auf diesem Planetoiden rumsteht. Hauptquartier. Da, wo alles zusammenkommt. Hier. Wunderbar. Das ist nicht viel. Graphene ist echt nicht viel. Ähm. Was fehlt bei euch? Die Linsen. Ihr habt diesen ja machen gerade. Diesen ja gerade machen. Das wird bald besser werden. Graphene, 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 Graphene. Graphene ist gerade nicht so viel da. Ach, hier. Hier. Wunderbar. Wunderschön. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und machen wir 6 davon. Das müsste, glaube ich, ausreichend sein. Äh. Wir gucken nochmal Richtung Linsen. Wie schaut es denn jetzt momentan aus? Totium ist vorhanden. Okay. Strange Matter. Daran habert es gerade. Müssten wir dich eher noch ein bisschen machen. So. Dann tun wir hier einmal ausbauen. Dann sagen wir, wir haben doch bestimmt dem nicht irgendwo. Da haben wir so einen Mini Collider. Dorthin. Wir möchten bitte das mitnehmen. Okay, warte. Dich mitnehmen. Und ein bisschen hier rum mitnehmen. Nein. Weil das Ding einfach mitten im Weg ist. Okay. Okay. Was soll's. Mach mit. Weg. 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 Da ist das noch ein bisschen ungünstig. Ein Moment, sagen wir gleich. Können wir alles gleich nur regeln. erstmal dich nach da unten holen. Solle. Wir brauchen hier mittendrin auch Strom dann auch. Das ist auch sehr wichtig. Lass du einen Schmetter machen. Und das ganze ist der Schmetter, was du hast. Kann quasi da mitgemacht werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kommt noch einmal komplett lang. Ah, geht nicht. Okay. Langziehen geht nicht auf ewig. Bei mir das Problem dazu haben. Du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Und danach tun wir das Ganze nach da hinten verfrachten. Das passt. Dann geben wir dir noch ein Output hier hin. Du bekommst deinen Eingang hier und hier. Dann passt es. Du machst was. Theoretisch ja. Hätte ich du Strom. Nachvollziehbar. Go, go, go. Machen wir davon ein paar Stück. Vielleicht können wir mit denen aushelfen. Jetzt sagen wir mal eh bloß bis dahin kommen. Können wir dich einmal bestromen und einmal dich hier bestromen. Wunderbar. Alles steigt voran. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Wir bilden noch Metallplatten, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir brauchen noch Metallplatten. Die kommen da raus. Heißt so viel wie. Wir werden noch mal kurz sagen. Wir möchten bitte dich nach darüber sehen. Dann möchten wir die Metallplatten einmal so haben. Einmal so rum und einmal so rum. Damit das Ganze auch ja reinkommt. So, go, go, go. Go und go. Wunderbar. Das sieht aus. Das kommt aus. Das kommt raus. Strange Matter wird gemacht. Wie viel brauchst du eigentlich? Du bist immer zwölf pro Minute und du hier. Ein bisschen mehr, aber das müsste ausrechnen sein, um diese Dinsen zu versorgen, theoretisch. Weil wir allgemein das noch machen müssen. Anilation Constrain und wir haben Anti-Materie Feel Rods. Meine Güte. Mächtige Sachen, nur mächtige Sachen. So, damit sollte es am Dauerlaufen sein. Yep. Momentan ist Dauerlaufen. Dich, dich und dich hier. Aber das Ganze müssen wir auch noch anders stehen. Bauer. Der Terium steigert sich alles. Yep, die Dinsen noch nicht. Unschön. Ganz, ganz unschön. Es bricht noch dafür eine Anlage eigentlich. Irgendwo ja. Des Weiteren. Wenn wir einen Platz für sowas. Der Play ist schon relativ gut gefüllt, muss man sagen. Nee, beim Kraftwerk wäre noch Platz. Danke, machen wir es da hin. Was soll's? Dann haben wir zum Kraftwerk hin. Das wird ja auch bald obsolet werden auf Dauer. So, ähnliche. Bauen jede Menge Platz. Dichter und dichter. Na gut. Ein weiteres mehr, das Leiter weg. Oh, wobei, wobei ich habe nicht wissen. Nee, das ist Öl zuvor. Ja, der Platz hier wird dran glauben müssen. Ähm, ich bitte auch darum. Einmal dicht machen. Der gesamte Bereich wird dicht gemacht. Das passt. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir können nebenbei auch schon mal was hinbauen. Sagen, Kollege, wir hätten gerne dicht genau hier. Dann hätten wir gerne ein paar Raumscherwälder und dich hätten wir auch drin. Wunderbar. So. Wir haben dich auch da fürs Aufladen. Das passt ebenso. Wir schätzen mit dem Strom allgemein aus. Wir haben mehr als genug. Das heißt, wir können auch mal sagen, wir bauen hier welche ab. Das war schön, das war fein. Aber es war auch nie gedacht für die Ewigkeit. Wunderbar. Ja. Ähm, hier habt ihr es natürlich nicht rumliegen lassen. Nein, damit. und alles mitnehmen, was auf dem Boden liegt. Wunderbar. Strom ist es ein bisschen nach unten wahrscheinlich gegangen durch die Aktion, aber macht nichts. macht überhaupt rein gar nichts, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Warum? Dann tun wir mal dicht weg, was und dich weglassen. Das machen wir noch durch. Nachgucken wir nach Interstellaren Reisen. Das wäre nämlich jetzt auch noch ganz wichtig. Okay. Wir werden hier davon ziemlich viel inbauen. Das heißt, wir stellen dich jetzt einfach mal dorthin. Du benötigst Strange Matter. Strange Matter wird für zig Zeug gebraucht. Auch für die Waffentechnik. Das ist das Wichtige dabei. Du brauchst auf jeden Fall Deuterium. Du brauchst Iron Ingets und Partikel Container. Das ist schon mal gut. Wir sind bei Iron Ingets. Wir sind bei Partikel Container und wir sind bei Ich habe es vergessen. Deuterium. Gutes Deuterium. Was ist da? Nein. Die ganzen Sachen brauchen wir auch nicht mehr. Die kommentieren nicht mal weg. Mein Inventar wird leerer. Wunderbar. Demand, demand. Das war falsch. Demand und demand. Demand und demand. So. Was wir euch bieten ist Strange Matter. Wunderbar. Das können wir von lokalen Supply machen. Das ist alles soweit in Ordnung. Dann sagen wir noch, wir hätten gerne hier den Standard. Ups, das war es nicht. Das warst du. Du, du. Ah, wir sind zu Hause hier und hier. Einfach mal drum herum gebaut. Das ist alles bestromt. Alle drei Ressourcen brauchen natürlich erst mal ein bisschen was. Das heißt, wir werden sagen, eins, zwei, drei. Werden uns von da hinten ein bisschen Material klauen. Denn warum nicht? Wunderbar. Gehen eins nach oben. Und fahren dann schon mal die ganzen hier durch. Und Strange Matter können wir direkt Na, machen wir das direkt. Wir machen jetzt nur Output. Dann sagen wir, wir benötigen einmal dich hier. Hauen die Iron Ingets raus. Nach da hin. Hauen einmal die Partikel hier raus. Noch darum. Und hauen einmal das Deuterium so weit raus. Mal gucken, wie das genau hinhaut. Wir benötigen auf jeden Fall noch wesentlich mehr hiervon. Ja, da können wir uns gerne welche holen lassen. Äh, schicken lassen. Dann sagen wir, wir möchten bitte das Ganze einmal hier aufbauen. bitte hier durch. Bis einmal komplett darüber. Genauso wie du hier und genauso wie du hier. Wunderbar. Das Ganze wird andersrum wieder reinkommen. Das heißt so rum. Und wir sagen, bitte einmal so rum rein. Passt. Strom bekommen wir aus denen hierher. Und auch nicht. Erstmal sagen wir rein und raus. Nein und nein. Das Ding ist echt richtig groß. Das heißt, wir können das nie richtig hinbauen. Insofern ich nicht die hier mache. Aber dafür brauchen wir erst mal Supermagneten. Aber das heißt, die könnten wir auch mal automatisieren. Das Ganze können wir automatisieren. nachher. Machen wir auf jeden Fall nachher. Ich sage einmal du hier. Dann bist du schon mal da. Weil wir echt genug Platz hier hätten für die Kleinen so wie es ausschaut. Nope sieht echt nur so aus. Okay. Was soll's? Was soll's? Mach mir Strange Matter. Du auch Strange Matter? Passt soweit. Okay. Supermagneten und Co. brauchen wir noch. Haben wir zufällig gerade irgendwelche... Ah! Schau mal an, wir haben hier Supermagneten in der Gegend. 1000 Stück davon. Passt. Mach mir bitte 10 Stück davon. Und mach mir hiervon noch ein paar Stück. Insufficient Matter. Von was denn? Wahrscheinlich die Megastruktur. Zu wenig von der Megastruktur. Sag's mir nur gerade nicht. Wir haben keine mehr Struktur hier würde ich mal behaupten. Wir haben auch keine Bodenplatten momentan mehr hier. Super optimal. Aber alles lösbar. Definitiv alles lösbar. Nein, damit wird's sagen. Das ist so, die brauchen wir ja auch nicht mehr. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir auch. Bodenplatten. Oh, ihr Bodenplatten. Da sind wir zu Hause. Bekommen gerade keine Steine mehr. Uh. Warum nicht? Weil das Feld abgebaut ist. Okay, ich bin zu einer Zeit stolz, zum anderen Teil schade. Passt. Künstliche Sonnen. Die haben wir doch auch jedes Mal gebraucht. So, weg, weg, weg. Ich hab keinen, okay. Das gehört gerade zu einiges. Es ist nicht schön hinten, aber es muss funktionieren. Ich bitte darum. Das muss weg, das muss auch alles mal weg. Hinterpleiter. Setzen wir uns einfach mal dahin. Was soll's? Dann hätte ich gerne dich hier drin und dich hier drin. Dann wird es nämlich auch ein bisschen weniger. Hole euch bitte hier. Ich brauche die Mahnd. Ich brauche hier ein bisschen was. Ich benötige dich da raus. So, und ich benötige dich da raus. Wunderbar. Haut wieder hin. Achso, ich muss noch den Filter setzen. Ja, raus damit. Und hier ebenso raus damit. Nicht das meiste, nicht das schönste, nichts von allem, aber es funktioniert. Die Hauptsache, es funktioniert zumindest. Wir könnten auch noch, ich würde sagen, dich nach hinten laufen lassen. Dann müsste das auch ein bisschen besser laufen. Nein, damit. dann tun wir dich noch verlängern. Und zwei noch hinsetzen. Passt. Für die Zukunft schon mal vorgesorgt. Zumindest etwas. Wie gesagt, das ganze Gedönssel hier ist eh alles etwas, ja. Bei weitem nicht mehr up to date, aber es erfüllt seinen Zweck. Das ist die Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Das dürfte auch alles soweit durch, hier auch, hier auch. Ja, ich bin froh, dass ich das mal hier gebaut habe. Sohle, wir sind hier drüben. Viel Stück hier rein und hier rein. Sohle. Warum hier noch welche? Nein, warum hier noch welche? Jepp. Okay, wir hatten noch mega... Komm schon. Zum einen erst mal du hier. Das wird alles hier wegfallen. Komplett wird das alles hier wegfallen. Genauso wie hier und genauso wie hier. Wunderbar. Passt. Die Energiequelle wird da oben dann auch noch versiegen auf Dauer. Dran drüber zu közchen, ist in Ordnung. Wir benötigen Gigastrukturen. Ich glaube, es ist bald schon besser, wenn ich auf die andere Seite fliege. Ja. Definitiv besser. Gigastrukturen sind nämlich alle da hinten zu finden. Gigastrukturen. Oh ja, Gigastrukturen. Ich glaube, nein, nicht hier. Geburtset on, massen, das reicht nicht aus. Okay. Was Neues gelernt, was Neues gelernt. So, hier bitte einmal ein paar Runde davon mitnehmen. Das ist schon in Ordnung. Wir haben dicht davon. Wir haben noch ein paar Geostrukturen. Und ein bisschen erläutigt viel, aber etwas. Wunderbar. Eine ganze Reihe davon gemacht. Wir haben genug Bänder, wir haben genug hiervon. wo wir schon mal auch genug passt. Ah, wunderbar, wenn es funktioniert. 14 Stück Neue, wunderschön. Dann waren wir direkt hier zu Hause. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir die Dyson Sphäre nochmal angucken. Wo ist sie denn? Dahin? Ah, es funktioniert. Es funktioniert immer besser. Okay, Dyson Sphäre. die Planung stehen hier und dort. Das Ort ist auch. Musch, das sind auch da. Es wird besser. Es wird definitiv besser. So, strange matter. Du nochmal nach hier und hier rüber. Du bist ein Öl. Bist volle Kanne im Weg. Muss man jetzt zum Angesehen, du bist volle Kanne im Weg. Ähm, das Öl machen wir einfach mal so rum. Das tun wir anders durchjagen. Und zwar geben wir ihm den Weg von hier nach dort rüber. Ob das passt. dann einmal noch nach darüber so rüber und darüber. das passt. Das ist wunderschön. Wir haben noch kein Kupfer. Ich weiß, ich weiß. Auch ein Problem, das wir noch angehen werden. Du bist nach da hinten fahren. Du bist da komm so rüber fahren. Wupp und einmal ebenso bis dahin. Wupps. Bitte schön gleich machen. Das wäre toll. Und dann sage mal bis dorthin. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus sogar. Bingo. Haben wir denn hiervon einige gebaut? Jepp. Eine Handvoll. Collide mit Object einmal hier rum. Und dann bräuchte man es hier nochmal. Aber wir können es ja auch eigentlich hierhin bauen. Das reicht aber nicht ganz aus. Wir müssen genau hierhin bauen. Das heißt, eine kleine Einbuchtung hier rein. Damit das auch ja funktionieren kann. so wird es was. Habe ich denn? Ah doch, hier ist das blau. Passt. Ein bisschen umstrukturieren, aber so haut es hin. We brauche ich gar nicht im Inventar. Wenn wir das irgendwie wegmachen, das wäre echt ganz toll. Sprache und kann es nicht wegmachen. Einfach zu viel ist. Und es wird sich werden abgeholt. Okay. Bitte ist ungegends von diesen Raumschiffen das sein. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte mein Öl hier reinpumpen. 210, es wird mehr. Unterbar. Leider mit einer nicht. Kudol ist doch auch Kudol. Ich habe Kudol. 23, ist in Ordnung. Komm, komm, komm. Jetzt, das war alles. Eben so hier, zack, nein, damit. Endlich die ganzen Rohstoffe weg. Ich habe nicht gesehen, mal vorhin. Ich habe nicht gesehen. Sollte auch hier alles wegmachen. Die Natur, tut mir leid. Zieht auch wie immer hier den kürzeren. Ich halte so, ich halte so. Gut, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich da. Dich können wir auch noch komplett dicht machen. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Dann ist das nämlich auch quasi einmal erledigt hier. Wunderschön. Das passt auch bis zum Umfallen, jup. Interessantik kann man das Ganze jetzt auch auf die andere Seite klatschen. Dann müsste man nämlich wirklich mehr als genug davon haben. So, du kommst her. Wir sagen, du benötigst bitte einmal das irgendwo und einmal das da hier. Wunderschön. Machst mir Strange Metal bis zum Umfallen. Dann bekommst du auch hier Wasser raus. Äh, wie viel brauchst du denn davon überhaupt? Da brauchst du immer meistens, also bekommst du deinen eigenen Ausgang, sagen wir mal so. Macht's Leben einfacher. Definitiv, rein damit. Bitte bis dorthin durchfahren lassen. Gebet ihm Cytogen. So und so. Bis einmal komplett hier hinten. Dann sagen, mach mal zwischen den Halt. So rum. Dann sagen wir die Strecke nochmal zurück. Um einmal hier quasi reinzukommen. Wunderschön. Geben ihm die Ressourcen, die er braucht. Einmal so und einmal so. Bauen das Ganze noch vor uns auf. Und et voilà. Wir haben 16 Stück sogar noch im in petto gerade. Und auf Building Range. Sagen, das sollte da behindern, oder? Yep, das haut hin. Energie sollte überall da. Ja, nicht ganz überall, okay. Nicht ganz überall. Dann machen wir das auch noch so hin und einmal und ebenso einmal auf die andere Seite. Strom ist viel zu wenig vorhanden. Mein Wahnsinn kennt keine Grenzen sowieso. Schaut. Das brauchen wir doch nicht fixiert. Okay, du funktionierst du auch, du auch. Das einzige, was wir noch Problem haben, sind die Dyson Sphäre, die bei weitem noch nicht so viel Energie abgibt, wie ich gerne hätte. Könnt man jetzt den Rezeptoren kurz hochgucken. Schauen wir mal. sie generieren 100%. Mit Linzen wird alles noch besser laufen, aber okay. Es ist einfach so, sie ist noch bei weit nicht fertig. Es wird gebaut bis zum Umfallen, aber ja, die Inneren sind auch soweit verschwunden. Aber es wird, es wird. Es wird werden, es steigert sich nach und nach die gebauten Teile. hier konstruktet immer mehr. Transportet, erschöpft. Also wir haben uns ungefähr bald die Hälfte erreicht von der Sphäre und wir haben schon 1,23 Gigawatt. Das haut hin. Das haut hin. Aber wir weitermachen beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann wird wahrscheinlich auch bald ein Angriff kommen, wenn es so weitergeht. Bis Tato, macht's gut und wie immer Tschüss. Bis zum nächsten Mal.